Wir starten rein gegen... Äh, nicht gegen... Wir starten rein in die Welt-Arena. Gegen einen, der Ischia First Pick macht. Okay, ich bin gespannt. Let's go, let's see. Okay, damit habe ich jetzt... Gar nicht gerechnet. Jetzt habe ich mir extra Carlos und Nana gebaut für die... Hampelmänner da. Aber irgendwie... Passiert da nichts mehr. Ich dachte, das wird jetzt wirklich cool. Oh, Molong! Alter, das ist... Guck mal, ich hier First Pick und dann kommt sowas. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist das Problem mit Gaspo, ne? Gabso. Gabso hieß der, ne? Gabso. Äh, der gibt nicht den krassen Damage, ne? Das ist halt so das Ding. Und ich bin schneller. Okay, ich habe den Speed Lead, ja. Aber... Ich bin schneller, Alter. Und ich kann nicht poppen. Ich kann nicht poppen. Aber ich kann provoken. Stimmt's, Padherr? Guck. Jo, ich kann provoken. Tatsächlich. Und der Provo bleibt sogar drauf. Aber der progt sowieso. Ah, warte mal. Der macht jetzt hier Clancy Wancy hier, ne? Let's see. Ja. Clancy my Wancy. Okay. Wem willst du denn zuerst nutzen? Den da? Achso, du machst es gar nicht. Achso, du machst es gar nicht. Ah, okay. Was ich ein bisschen doof finde. Äh, ich habe einfach keinen einzigen Deathbreak gelandet, hm? Ich will gar nicht auf den Werde gehen. Das ist auf dem... Oder ist das... Warte mal. Ist das... Also, er ist auf Revenge. Das haben wir ja schon gesehen. Dass der auf Revenge-on ist. Ähm... Aber ich traue mich nicht. Irgendwie. Kriegen wir ja Ablinkzeit. Schade. Hätte ja funktionieren können. Mir fehlt halt so ein bisschen der Saden, ne? Ein bisschen der Saden. Kriegen wir hier einen Pock? Kriegen wir. Kriegen wir hier einen Pock? Nee. Aber wir kriegen passiv irgendwas. Auch cool, oder? So, machen wir jetzt... Kannst du dich mal Recklessen jetzt? Jetzt Reckless doch mal, Mann. Okay. Okay. Kriegen wir einen Stun? Schade. Stun? Schade. Warum denn? Auch. Wer ist da noch dran? Jetzt haben wir einen Deathbreak. Ich habe hier, by the way, mehr ACC gegeben, damit sie den Deathbreak mal häufiger landet. Passiert irgendwie genau das Gegenteil. Der Bärde kam noch nicht... Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, der Bärde kam bis jetzt nicht einmal dran, meine ich. Okay. Jetzt aber. Wen willst du Recklessen? Na, finally kommt der Reckless mal durch. Okay. Wer ist da noch dran? Er ist dran. Kriegen wir einen Pock? Keinen Pock? Wenn wir einen Pushback kriegen, kommt ein paar Ter-Feuer dran. Aber das reicht nicht, oder? Nope. Äh, nicht so ganz, zumindest. Okay, okay, okay. Ja, jetzt ist doof. Jetzt kommt die Kack-Ratte wieder vorher dran. Ja, okay, der, ja. Okay, okay. Jetzt die Vanessa-Rip. Immerhin keine Stunts. Das ist gut. Oh. Oh. Jetzt haben wir ihn hier ready. Oh, Stun? Glancing wieder. Hm. Oh mein Gott. Ja, da fehlt mir wieder der Schaden hier. Das ist halt richtig kackig, dass mir der Schaden hier fehlt. Deswegen Gaspo ist echt so bedingt echt cool. Aber da fehlt ein bisschen der Schaden. Das ist mir halt auch schon aufgefallen. Dass der Schaden dann, naja, nicht so, nicht so ganz da ist. Ich glaube, ich habe auch einen Pock, um den zu töten. Ah, okay. Okay. Ja, gut. Jetzt müssen wir uns zum Raccoonik kümmern, ey. Cool. Äh, nicht Raccoonik. Um den Bär da, den ein bisschen weiter runter zu natzen. Im besten Fall. Oder am Stunt zu halten. Chomp. Ne, Chompon. Wäre Chompon gut gewesen? Ne. Nicht unbedingt. Gib mir mal deinen Speed-Buff da. Danke. Naja, das ist fine. Weil ich habe hier jetzt noch keinen penetriert. Aber ich weiß nicht, wie weit der mit Reckless ist. Wird das reichen? Ne, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kriegen wir mal einen Stun hier drauf? Nope. Okay, das war gut. Aber der ist eh wie Ray. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, okay. Jetzt? Willst du jetzt? Auf Gapsbo? Ne. Oh. Ein Stun auf Gapsbo. Hm. Ne, er hat halt den Heal. Das wäre ja das Ding. Der hat den Heal. Ich habe keinen Heal. Ich habe nur so einen kleinen Passiv-Heal mit dem Gapsbo. Ne, das ist so das Problem an der Sache. Oh, der scheint aber squishiger zu sein als Molong. Also, hm. Let's see mal. Okay. Gucken wir nochmal Glancing. Okay. Vielleicht kickt der ja? Naja, nicht wirklich. Ach. Zerbranding weg wieder. Stun again. Okay. Okay. Ja, der ist squishiger als Molong. Pushback, please. Nice. Ja, nicht ganz so viel gereicht wie Golf. Okay. Stun. Nice. Können wir das Vieh killen? Können wir das killen? Boom. Nice. Können wir hier einen Stun? Schade. Werden wir noch einen Glancing? Oh, Double Glance sogar. Krass. Ich gehe auf einen Stun. Schade. Aber das ist okay. Kein Deathbreak for you. Kriegen wir nochmal einen Glancing auf dem Werder da? Oder einen Stun? Glancing? Okay. Jetzt muss man den da penetrieren. Aber ganz stark, dass er gar nicht mehr auf Reckless Idee kommt. Okay. Okay. Der scheint aber auf Vamp zu sein, oder? Will er jetzt nochmal Recklessen? Nee. Okay. Ja, der ist auf Vamp. Okay. Das ist schon mal... Ich dachte ja die ganze Zeit irgendwie, dass er auf View ist. Aber ist er gar nicht. Können wir uns da? Schade. Kill it. Okay. Stunnywani? Kein Stunnywani. Okay. Oh, ist das einer? Der mit Sonja kommt? Nee, das ist ein Control-Typi. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er Juno bunt. Ich meine, ja. Ich glaube, Juno kann man echt gut outplayen mit dem Monkey. Also hier mit dem Quityan Dacheng. Hier, den da. Ich glaube, mit dem kann man echt gut... Holy shit, ist der slow. Äh, gut outplayen. Aber... Na ja. Aber... Na ja. Oh, widerstanden. Was hat er ihm für ein Lied genommen? Da habe ich drauf geachtet. Okay. Alter, da gebe ich dem mehr ACC, Vanessa, ne? Und die trifft weniger. Was ist das? Öh. Was ist das? Schade. Ähm. Ja, komm. Wegen Chongpong war ich gerade ein bisschen am strugglen. Weil der wird den gleich resetten, wenn ich Pech habe. Oh, ist er? Ah. Dachte, vielleicht kriege ich Ablenzer. Nee. Okay. Juno hat nicht gut getroffen. Ich weiß nicht, ob der den getroffen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Okay, ja. Oh, der Pat... Was ist das? Das ist ein Pattea 15 Res, Alter. Ne, der trifft den gar nicht. Das ist... Das ist so funny, Alter. Mann, ich ralle es halt nicht. Hier kann es dann... Ähm... Ja, der Slow ist halt nicht so geil. Auf der Juno. Okay. Gleich kommt der Stun. Pattea, ja. Jetzt kommt der Stun. Nimmt der... Nimmt der Stun eigentlich auch bar? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist da was passiert? Keine Ahnung. Okay. Oh, reicht das? Nee. Glaub nicht. Aber reicht das? Auf... Oh, nee. Nicht auf Moor. Genau, den komplett falschen. Ah, den komplett falschen, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Ist er ready wieder? Nee. Okay. Puh. Dachte. Ich dachte, der ist wieder ready. Prock, nochmal. Ah, das wäre jetzt cool. Okay. Der ist mit dem Swirble auf jeden Fall nicht ready. Okay, wir kriegen nochmal einen Death Break Hall. Der dürfte noch nicht ready sein. Ich glaube, selbst wenn er geprockt hätte, vielleicht mit dem zweiten, glaube ich. Oh, er macht. Danke für den Heal. Ah, ist okay. Strap. Gut. Aber das tut weh. Aber er kommt raus. Und dann machen wir einfach so. Swong. Das sind diese One-Shotter. Ich schwöre, der sieht schon so aus wie so einer. Ich mache mal Vanessa First Pick. Der sieht aus wie einer. Nein, das ist ein Riley-Spieler, natürlich. Ja, ich picke mal. Also einen von dem will ich picken, ganz gerne. Ich picke mal Hay Gang. Weil... Ja, okay. Gyu, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den jetzt picken möchte. Hier in diesen Kack hier rein. Weil ich möchte auf jeden Fall Cassandra picken. Außer er pickt jetzt. Aber das wäre echt nicht fair. Also lass es bitte. What? Darions... What? Okay, den lassen wir drin. Ja, okay. Der wird Hay Gang wahrscheinlich bannen, oder? Wenn nicht, habe ich ein Problem, denke ich. Aber ich bin relativ fast. Mit ihm zumindest. Ich banne die Riley, weil ich glaube, die Riley ist auf Dauer anstrengender. Oh, nee. Guck mal. Lässt wir den Strip sogar drin. Okay. Äh, what? Okay, Cassandra banne, ja? Der dachte vielleicht, ich banne die Adriana oder so. Alter, jetzt bin ich bei Roy, bin ich gespannt. Let's see, let's go. Alter, let's go. Let's go. Ich muss gar nichts machen hier, oder? Nee, ich muss gar nichts machen hier. Okay, bin gespannt. Erstmal hier, please. Okay, das war gut. Jetzt move die vorher. Ablinkzeit, nice. Das war lach. Okay. Und Dots. Nice. Boah. Okay, das ist gut. Hey, das ist gut. Okay, das ist fine. Bushi, Becky. Okay. Ähm. Nee, warte mal. Was ist dann? Ja, auf ein paar. Die kann ich jetzt buffen. Ich weiß nicht, wie weit der ist. Wie weit ist der? Mit dem Strip. Das weiß ich gerade gar nicht. Okay, er braucht noch eine Runde. Okay. Mhm. Einfach keine Hardcore-Attacks machen. Oh, warte mal. Wir könnten... Wir könnten, glaube ich, so machen. Das ist okay. Ich glaube, das ist fine. Ja, genau. Ah, okay. Ja, ja, ja. Er move jetzt vorher. Aber der Strip ist jetzt hier ready. Ist okay. Ah, ja, genau. Oh, egal. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Ist ja egal. Oh, nice. Werde-Dings. Das ist gut. Okay. Ja, die ist doch nicht ready, Kollege. Das braucht noch ein bisschen. Ja, braucht noch ein bisschen. Alter, ich feiere das. Ist egal, ob ich gewinne oder verliere. Aber Royd in der normalen Welt Arena? Richtig geil. Alter, das feiere ich richtig hart, ey. Ja, okay. Ja, nee. Da wirst du nicht so weit mitkommen. Von wem ist der provoked? Ah, okay. Ja, gut. Okay. Oh, no. Der Stun war cool. Der Stun war mega awesome, Alter. Okay. Können wir mal killen hier, den da? Das ist der Haupt-Damage-Dealer. Okay. Leider kein Dings. Aber das ist fine. Ich mach den Freesets nicht. Warum? Können wir einen Quals dann? Schade. Pushy-Becky. Kriegen wir uns lieb? Nee, jetzt Stun. Okay. Ja, gut. Okay. Werde. Alter, richtig cool. Feiere ich. Das ist ein Interesse. Das ist cool. Sowas ist richtig nice zu sehen. Das mag ich. So, wir machen das hier. Dass wir vorher moven. Und vielleicht auch mal Stun können. Ja, die falsche. Aber ist okay. Hier ein Glancing. Komm. Ja. Glancing auf Feuer. Ich weiß nicht, ob das ein ernst gemeintes Team ist. Aber ich feiere das trotzdem richtig hart. Richtig cool. Der hat meinen Respekt, der Dude. Mhm. Mal ein Deathbreak hier. Können wir hier mal ein bisschen Input reinhauen. Sowieso over. Also da kommt er nicht mehr groß durch. Okay. Das ist nett. Also das Einzige, was ich mir wahrscheinlich noch bauen werde, sobald ich ein bisschen mehr Skill-Ups habe, ist ein Smicer. Das ist ein Monster, was ich mir noch bauen möchte. Nach der Marsha. Sehr wahrscheinlich. Ja. Auf alle Fälle. Cool. Das war cool. Das feiere ich. Oh, what? Okay. Dann werde ich den da bannen. Ja. Wer bann den? Schmunkie. Okay. Ja gut. Ja, deswegen der Fang Last Pick, ja. Der Damage liegt halt sehr stark auf den. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was jetzt hier passiert doch. Oh, der ist sogar trotzdem schneller. Krass. Ah ja, okay. Kann. Ja. Ist jetzt nicht so schwer. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte echt nicht so schwer, ey. Aber okay. So. Okay. Wir haben das schon mal oben. Das ist fein. Der kann jetzt sein, dass er den da resetten will. Oder er geht auf Vanessa? Ja. Okay. Auf ihn. Dachte ich mir. Wir wollen trotzdem, glaube ich, erstmal den Robo loswerden. Ach, Vanessa. Wofür spiele ich dich? Ja, der ist mir erstmal egal. Also warum habe ich dich auf Hi-ACC gebaut? Wenn du hier gar nichts mehr triffst. Ah, okay. Er trifft auch nichts. Das ist immer ein Vorteil. Was ist dann? Schade. Kriegen wir... Damage! Pow! Okay. Wer ist dran? Okay. Er kann nun genau das da machen. Das ist fein. Einmal genau. Gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier was treffen und dass Chroma gleich den trifft. Oh, das wäre mega. Imagine, Alter. Imagine, ich kill den und er trifft Saga. Ja. Lol. Oh, lol. What? What? Was ist dann? Schade. Ab links ein? Ne, schade. Aber ist okay. Wenn der stirbt, ist es fein. Lol, Alter. Ja, komm, kill den mal. Okay. Danke. Den brauchen wir nicht mehr. Der ist wasted. Wir gehen jetzt erstmal auf den. Scheiß auf Fang. Machen wir Deathbreak hier. Der kann nicht proggen. Sprich, das kommt safe durch. Naja, kill den. Das ist mir egal. Wofür brauche ich den noch? So, zack. Okay. Imagine killen. Pow! Alter, broken. Komm, machen wir noch einmal ein bisschen bar. Vielleicht kriegen wir Ablinkzeit. Schade. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Stun. Zum Abschluss. Danke. Wir können ein bisschen hier drin bleiben für den Passiv. So minimal. Der wird nicht so viel machen. Wir haben die Ablinkzeit nicht, aber... Naja, gut. Der wird eher auf 100 Rest sein. Da werde ich nicht durchkommen. Hey, da bin ich wieder. Hallo. Äh, Stun. Nice. Ja, gut, dann komm. Wenn er jetzt im Stun ist, ich kriege da eh keinen Deathbreak drauf. Sehr unwahrscheinlich. Oder nicht so schnell zumindest. Deswegen ist es schon fein. Okay, machen wir Silence hier. Okay, ja, der ist auf Highrest. Da werde ich keinen Deathbreak drauf kriegen. Vielleicht Stun oder Pushback. Okay, schade, gar nichts. Okay. Er will es aber nochmal wissen. Ja, dann holen wir uns nochmal die Bar. Ist kein Problem. Danke dafür. Äh, wer ist dran? Vanessa. Okay, sie schläft ein bisschen. Wegen der Verbindung. Aber ist okay. Vielleicht sind wir ja lucky und kriegen jetzt doch nochmal einen Deathbreak drauf. Ganz lucky. Leute. Wir sind richtig lucky. Was ist denn da los, Alter? Weil ich das mal erleben darf. Dass ich das mal erleben darf. Äh, P2. Woo. Yay. Cool. Gibt ein paar Punkte. Geil. Okay, das war's. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. War cool. Also, ich kann gerne versuchen, mal die Runen zu zeigen am Ende. Aber meistens vergesse ich es irgendwie. Also, wir haben jetzt den Partair hier. Ja, auf Speed, Crit, Schaden, HP. Hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass er auf Crit, Schaden ist. Und ich glaube, das war's. Dann haben wir Haygang. Der ist auch immer noch so. Der ist jetzt auf Speed, HP, HP wieder. Nicht mehr auf Death, weil ich habe hier keine Death-Rune. Sonst hätte ich den auf Death wahrscheinlich. Aber besitze ich nicht. Ähm, dann haben wir die Vanessa. Die hat einfach 35 plus 11. Okay, es geht noch. Ist jetzt nicht atemberaubend viel. Den haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Haben wir den gesehen? Doch, den haben wir gesehen, oder? Doch, haben wir gesehen. Da ist der. Die Werte. Shibala. Haben wir den gesehen? Weiß ich gar nicht. Haben wir den gesehen? Ich glaube, ja. Äh, Sagar haben wir nicht gesehen. Und ich glaube, das war's. Sautorica haben wir einmal gesehen. Ja, blaues Artefakt, Alter. Äh, ja. Nichts welches Spannendes. Und die, äh, Chroma. Mit 4 ACC einfach getroffen. Wie ein Gott. Das ist so richtig lustig, ey. Und Juno, glaube ich, einmal, ne? Aber das kann auch im letzten Video gewesen sein. Ich weiß nicht. Gut, jetzt bin ich durch. Ich bin da nicht. 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 Tschau. Tschau. Vielen Dank.